Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmarks. Ich handle 60 Sekunden und 2 Minuten. Mein Start-Trade beträgt hier 2.000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Australisch Steuer, Japanisch Yen. Sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein und gleich nochmal. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades. Aktuell sind beide Trades im Gewinn. Noch 10 Sekunden. Perfekt. Beide Trades gewonnen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal.